So schließe nun deine Augen und spüre, wie dein Atem gleichmäßig ein- und ausfließt und spüre auch, wie mit jedem Atemzug die Liebe zu dir einfließt, wie sich diese Liebe mit deinem Herzen verbindet und in deine Seele strömt. Atme ruhig und gleichmäßig, so wie es sich gut anfühlt und dehne jetzt dein Herz aus, dehne dein Herz so weit aus, dass es so groß ist, wie du selbst bist und dass die Liebe, die bedingungslose Liebe nun in deinem Herzen strömt und dich vollkommen einhüllt, dass sich diese Liebe umhüllt wie ein schöner, warmer Mantel und du dich wundervoll wohlfühlst. Denn nun werde ich die Engel rufen, ich werde die Engel der Liebe rufen und sie bitten uns heute hier in diesem Moment im Jetzt-Augenblick der Zeit zu begleiten. Und in diesem Moment jetzt spürst du, wie die Engel zu dir kommen, wie die Engel der Liebe sich um dich herum aufstellen und ein Feld der bedingungslosen Liebe unter dir ausbreiten. Sie halten dieses Feld für dich während der ganzen Meditation. Und wenn du bereit bist, dann sage nun ein innerliches Ja. Denn in diesem Moment wird sich das Feld öffnen und du wirst in dieses Feld eintreten. Es wird dich komplett umhüllen. Es ist das Feld der bedingungslosen Liebe der Wirklichkeit. Smarana Energie fließt in diesem Feld. Sie hält dich und trägt dich. Und nun bitte ich dich, mit mir zusammen in die Heilung zu gehen. Werde dir, so wie es jetzt in diesem Moment möglich ist, all deiner Fehler bewusst. Werde dir all dessen bewusst, was dich belastet, was dein Leben schwer macht. Denn sobald du an diese Dinge denkst, werden sie von dem Licht der bedingungslosen Liebe umhüllt und soweit es jetzt deine Seele zulässt, gelöst. Und so beginnt ein wundervoller Heilungsprozess, welcher dich bereit macht, deinem Seelenpartner zu begegnen. Und so erlaube dir, dich so tief wie möglich fallen zu lassen in diese Energien der Heilung. Du weißt, dass du von Engeln umgeben bist. Und dass du in einem geschützten Raum der Heilung jetzt in diesem Moment dich befindest. Und so lasse los, lasse all das los, was dir zu schaffen gemacht hat. Mit dem Wissen, dass nach der Heilung die Liebe in dir wachsen kann. Dass nach diesen Momenten der Heilung Licht und Liebe in dich einströmt. Und so beginnen nun die Energien des Lichtes und der Liebe bereits, in dich einzuströmen, dich auszudehnen, dein Herz und deine Seele zu berühren. Öffne dich dem Licht der Liebe, denn das Licht der Liebe wird sich mit deinem Seelenpartner oder deiner Seelenpartner oder deiner Seelenpartnerin verbinden. Und so verstärken die Engel der Liebe nun das Licht der Liebe in dir. Beginne dich selbst zu lieben, so anzunehmen, wie du bist. Denn genau so, wie du jetzt bist, wird dich dein Seelenpartner oder deine Seelenpartnerin lieben. Genauso und nicht anders. Und vielleicht spürst du die Freude, wie die Freude in deinem Herzen sich ausdehnt und vermischt mit der Liebe, der bedingungslosen Liebe. Und du weißt, ganz genau weißt, dass wenn du die Liebe einlädst in dein Herz, sie sich mit deiner eigenen Liebe vermischen wird und du nun beginnst, dich selbst zu lieben. Und so ist in diesem Moment ein Samenkorn in dir entstanden. Ein Samenkorn, welches von deiner Liebe wachsen wird. Und vielleicht kannst du spüren, wie sich die Wellen der Liebe ausgehend von deinem Samenkorn der Liebe immer mehr vergrößern, wie sie dich durchfluten und bereit machen, deinen Seelenpartner anzunehmen, zu treffen, mit ihm zu leben. Und so gebe dich nun ein wenig hin in diese wundervollen Energien. Gebe dich hin und lasse sie in deinem Körper fließen. Gebe ihnen freien Lauf. Gebe ihnen die Erlaubnis, dich zu berühren an den Stellen in deiner Seele, wo Heilung geschah. So fließt die Energie des Vertrauens jetzt zu dir. Gebe ihnen das Vertrauens, dass alles, was geschieht, richtig und gut für dich ist. Und du mit deiner Liebe und deinem Licht genau das anziehst, den Menschen anziehst, welcher zu dir passt. Dass du jetzt bereit bist, den Seelenpartner anzuziehen, mit welchem du dich für dieses Leben verabredet hast. Gebe deiner Seele die Erlaubnis, dass dies jetzt geschehen darf. Und vertraue mit deinem Licht und deiner Liebe darauf, dass genau das Richtige geschieht. Und dann spüre diese große Dankbarkeit in dir und diese große Freude auf das, was jetzt kommt. wird. Denn mit dieser Freude wirst du deinen Seelenpartner anziehen. Ein wundervolles Leben erwartet dich intensiv und gefühlvoll, voller Vertrauen und Liebe. So wie du es zulässt und so wie du dazu bereit bist, so wird es geschehen. Du weißt dies ganz tief in deinem Herzen. Und so lasse dich jetzt noch ein wenig tragen von den Energien. Die Engel besingen deine Seele und sie zeigen deine Seele jetzt in diesem Moment deinen Seelenpartner oder deine Partnerin. All das, was du jetzt wahrnimmst, ist richtig und wahr. Vertraue auf deine Gefühle, auf deine eigenen Bilder. Vertraue auf das, was deine Seele dir jetzt zeigt. Und vielleicht kommt dir bereits dein Seelenpartner oder deine Seelenpartnerin entgegen. Denn du bist auf der höchsten Bewusstseinsstufe der Liebe, dort wo sich Liebende begegnen. Und so umarme deinen Partner, deine Partnerin und freue dich. Spüre dieses Gefühl, wie es ist, wenn jetzt dein Seelenpartner bei dir ist. Wenn deine Seelenpartnerin ganz nah bei dir ist. Genieße dieses Gefühl, so wie wenn es jetzt alles schon geschehen wäre. Und die Engel besingen weiter deine Seele. Sie singen voller Liebe. Und sie bringen dir das Licht, das Licht der ewigen Liebe. Und so leuchtet Smarana in dir in deinem Herzen. Und so nehme nun einen tiefen Atemzug und verabschiede dich von den Engeln, denn sie haben für dich voller Liebe gewirkt. Sie haben dich reich beschenkt. Und alles wird so geschehen, wie es gut ist für dich. Und dann komme langsam wieder in dein Hier und Jetzt zurück. Öffne deine Augen. Bewege Hände und Füße. Ja, komm einfach wieder hier an. Und genieße noch ein bisschen die Energien. Und wisse, wisse vor allen Dingen, du trägst alles in dir, was du brauchst. Alles ist angelegt. Alles ist angelegt. Alles ist angelegt. Alles ist angelegt. Nein, das ist angelegt. Und es ist angelegt. Alles ist angelegt. Ich gehe nach etwas von den Eingern. Untertitelung des ZDF, 2020